So, 5, 4, 3, 2, 1. Ich kenne jetzt noch ein bisschen mehr in die Mitte, ob das was ändert. Hinten ist so ein Bild, äh, ist so ein Ungut. Soll ich das sporen? Nach unten ist das Zettel. Ja, sport mal. Nach die Sporen hinten. Die Ranges. Alle Ranges. Inten ist ein Pilz zum Heilen. Okay, mach den Hauch. Ich bleib auf Pit. Hauch ist vorbei, ne? Jo. Während des Hauchs zu Heilen bringt nix. Ich hab's grad gesehen. Ein muss einfach voll sein. Der Raid kann zum Pilz. Ich hab gekickt. Add hauen. Killt das Add. Let's go. Nach dem Add-Rash spotten wir. Ey, wir haben hier diesen AOE-Damage, ne? Wir nutzen nicht den Pilz. Der Pilz war jetzt für'n Arsch. Der Raid muss dann auch zum Pilz hin. Genau. Da brauchen wir den nicht hoch rein. Ja, ist ein Fungus. Ich hab vier Stacks. Wollen wir wechseln? Ja, können wir machen. Dann müssen wir den anderen sich in den Boss. Und spotten. Nächster Pilz ist da. Nächster Pilz ist da. Das Add muss halt sterben, bevor der nächste kommt. Äh, wann haben wir denn? Der blaue Pilz ist der hellste Pilz, ne? Ja, ich hab was zu tun. Ja, ich hab was zu tun. Hier, diese grünen Geschosse müssen wir abfragen, bevor die ins Mini kämen. Und du kannst dann wieder Spock, wenn dein Debuff ausgelaufen sind, ne? Sporenbefall läuft. Ja, der grünen Pilz ist nicht ab. Ist natürlich doof. Hier brauchen wir für die Pilz Sporenbefall. So, zieh den Raid mal zu den Pilzen. Wir haben ja die Halle eingeteilt. Ja, nur waren zwei Pilze gleichzeitig da. Kampfrausch, bitte. Kampfrausch, Kampfrausch. Der Haze braucht Leute. Kannst du um Pit hochfallen? Bin drin. Add. Auf die Adds, genau. Die muss den Pilz auf. Ja, das ist egal. Ja, das ist egal. Milis kommt gut. Ja, das ist egal. Mit Milis kommt gut. Könnt ihr einfach cleaven dann. Einfach cleaven drauf. Einfach cleaven drauf. Oder halt Fokus. Ganz hinten ist ein Miner Pilz. Tanks. Ja. Ja, das ist ja gut heil. Wann sind deine Debuffs ausgelaufen, Pit? Wir können wechseln. Heilt den Pilzen. Okay, dann wechseln wir jetzt. Go. Spot. Ich bleibe auf den Tank drauf, also ich habe die Karte. Erraint. 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 Ja, mach da mal ein bisschen weg da. Gar nicht. Der Gedankenfumbus. Ach so, Pit wieder auf einmal. Der Gedankenfumbus läuft. Und ich spotte. Ich ziehe den Boss weg da, weil das Most haltet uns hoch. Das ist nicht so gut. Die machen wir schon wieder. Wir haben wieder eine grüne Pilze. Geht's bei den Heiler noch mit Mana wegen dem Heiler? Ich bräuchte dann vielleicht noch mal so einen blauen Pilz. Okay. Der Wrench ist auf den Speyer. Pit hat jetzt schon reißen Decks. Ja, auf dem Hauch spotte ich. Okay, fuck. Ich brauche noch drei. Ja, ja. Wart mal. Wir sind fünf. Erst wenn die weg... Ja, ja, es geht. Es geht noch. Er macht gerade seinen AOE-Effekt. Ihr müsst für den grünen Pilz rein. Oder ja, nee. Ich hab den Boss. Nimm du das Add, solange wir sind. Sind die ausgelaufen bei dir? Grüne Pilz ist tot. Oder nehme ich das Add. Gut. Dreh den Boss mal noch um. Gut. Hab gekickt. Ich kick den ist. Vorsicht, Klohack. Vorsicht, Klohack. Vorsicht für du. Achtung. Ich brauch Better Add. Nee. Hab ihn. B-Rest, 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 B-Rest. Der Pilz übrigens. Vor dem Boss ist ein Pilz, der man heilen kann bei so. Kann schon. Bleib auf den Tank. Na, ist der Pilz weg. Wieder auf die Sporenspeier. Wenn jetzt. Ja. Der blaue Pilz ist da. Ja, er ist tot. Ja. Der grüne Pilz ist auch. Wir müssen. Wir müssen. Ich spotte. Vongos ist da. grüner pilz ist da, macht der hinten bisschen feuer, macht der hinten bisschen feuer bei dem pilz Achtung Kairo, schieß also, grüner pilz ist voll live ja, gut ich komm rüber mit dem add, aber gleich ist es nochmal wieder weg da mit dem pit kannst du spotten, ich nehme das add dann wieder, ich ziehe auch cool da, zu mir wir müssen vielleicht nachher ein bisschen nach links ziehen die bossen, weil da das moos kommt von rechts Achtung Pit hoch schießen, was gibt es, schnell da hinten ist nochmal grüner, wir haben es gleich schon geschafft, ist nicht mal lang, zieh den das große add und hit wieder beim grünen pilz das mooseck, hol das add weg, knapp auch nicht durchkasten, so, bin bei vier, nicht da hinten, aber ich zieh cd so, muss ich nehmen ihn noch so lang, ich hab trotzdem gespottet, ich hab gespottet, wenn du den nimm das add grüner pilz lebt, den Kairo schießen, hit, Achtung, hit, so, pilz hochheilen go go, die neben boss zum pilz go go, ja bin dabei, bin dabei, bin dabei, ja geht ihn, bin dabei da darf jetzt kein moose an dem boss kommen, sonst ist das ein Rai Achtung Pit hoch schießen alles ziehen, was ihr jetzt habt gedanken, was ihr, wieder raus, oder gut da ist moose beim boss, sobald du einen kleinen debuff mask spottest du einfach he oh fuck, da ist moose, ja, ich hau ab da Keine Panik. Pit hochschießen? Ja, aber... Lieber dahin, von wo nichts ist jetzt. Wir nuken nur noch den Boss, das sollte ausgehen. Er hat ja nix mehr. Einfach jetzt nur noch auf den Boss. Second try! Kommt die zweite Phase. Spaltet er sich in zwei, man. Ich hab schon gesagt, Achtung Pit hochschießen. Schön, Leute! Nice. Good job. Aufgenommen? Okay. Das war ja nice. Ja, ja. Ja, ja.